Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaas und ihr seid es nicht. Ich bin Geische Schaas und ihr seid es auch nicht. Seid ihr nicht. Das ist auch ganz gut. Ich brauche vielleicht mal so einen eigenen, wie sagt man denn, du hast ja immer den gleichen Anfangssatz, wie nennt man das? Ja, Catchphrase. Ist das doch so. Ich brauche nicht mal so einen eigenen für meine Auftritte in deinem Podcast. Ja, dann kannst du dir mal was überlegen. Ich bin nicht so kreativ. Mein Name ist Geische Schaas und ich habe einen kleinen süßen Hund. Ja, du hast verschiedene Catchphrases. Du hast auch schon mal gesagt, ich koche Quinoa. Ich koche Quinoa? Stimmt, wir haben mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich im Wohnwagen Quinoa gekocht habe. Ja, ist noch nicht so lange her. Ja, mein Name ist Geische Schaas und ich habe ein sehr schlechtes Gedächtnis. Immerhin erinnerst du dich an deinen Namen. Das ist was Gutes. Mein Name ist jetzt auch nicht so wichtig. Lass uns anfangen. Ja, es gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich hatte sozusagen, ich habe die perfekte Woche geschafft. Das ist die perfekte Woche. Ich wusste es. Ich habe jede Woche einen Beitrag im Programm gehabt. Es ging um Northvolt, es ging um Verwaltungsdigitalisierung, den NDR in Schleswig-Holstein, Kegelrobben und darum, warum die Menschen in Schleswig-Holstein so viel für Strom bezahlen und was da, was Preistreiber beim Strom sind. Ja, und warum bezahlen wir so viel für Strom? Weil hier so viel erneuerbare Energie ist und deswegen, weil es immer mehr gibt, nämlich mehr Solarparks und die müssen ans Stromnetz angeschlossen werden und die Kosten fürs Anschließen, für den Neubau von den Leitungen, die werden auf alle Stromkunden umgelegt. Und dann kommt noch dazu, dass es am Strommarkt die sogenannte Merit Order gibt. Das heißt, alle Stromkunden bezahlen so viel, wie das teuerste Kraftwerk kostet, um eine Kilowattstunde Strom zu bezahlen. Ich habe nicht so viel Ahnung davon, aber so spontan kommt mir das nicht gerecht vor. Ist das auch nicht. Wir werden im Prinzip, wir werden dafür bestraft in Schleswig-Holstein, dass wir Wind und Sonne haben und dass wir sauberen Strom machen. Ja, genau. Kacke, ey. Ist das nicht. Das hat sich bestimmt hier Söder ausgedacht oder so. Ja, wer denn sonst? Wer denn sonst? Oder ich darf gar keine politischen Sachen sagen. In meinem Podcast darfst du alles sagen. Bin ich privat hier auch, ne? Also ich auf jeden Fall. Bin ich privat hier? Oh, wie du guckst schon wieder. Ja, weil du mich fragst, ob du in meinem privaten Podcast privat reingecrasht bist. Bist du in deiner Funktion als Pastorette hier reingecrasht? Bin ich jemals privat? Das ist auch so eine Frage, die man stellen kann. Das ist die Frage. Ja. Und bist du? Ich glaube tatsächlich in der Öffentlichkeit, da kann ich nie zu 100% privat sein. Weil ich weiß zum Beispiel, dass sogar dein Podcast von Gemeindemitgliedern von mir gehört wird. Grüße. Grüße gehen raus, um es mal mit den Worten vom Allesgesagt-Podcast zu sagen. Die sagen immer, Grüße gehen raus. Also Grüße gehen raus, liebe Rödemissa. Ja. Ja, das war es im Wesentlichen. Viel mehr habe ich nicht diese Woche. Aber weswegen bist du denn da? Erstmal möchte ich noch sagen, Jörn, wir sind noch nicht mal bei vier Minuten. Ja, es gibt Wochen, da kann ich nicht mehr erzählen. Ich habe eine Menge erlebt. Du hast eine Menge erlebt? Ja, aber das ist ja alles schon Wochen her. Ich war ja vor einer ganzen Weile schon auf Helgoland bei den Kegelrobben und das habe ich alles schon im Podcast erzählt. Also du hast in erster Linie viel gearbeitet diese Woche. Ich habe richtig viel gearbeitet. Du warst auch in Kiel, oder? Ich war dreimal in Kiel. Wow. Was hast du da gemacht? Ja, Interviews. Mit wem? Jörn, das interessiert die Leute. Da ging es um Verwaltungsdigitalisierung. Ich habe mit dem Chef der Staatskanzlei, Schrägstrich Digitalisierungsminister gesprochen. Mit dem Chef vom Bundesverband Windenergie in Schleswig-Holstein, mit dem Landesgeschäftsführer. Okay, Herr Schar, jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Los. Als Reporter, ne? Ja. Sagt man noch Reporter? Ja. Ja, ja. Kann man auch nicht sagen. Landeskorrespondent, Journalist. Bin ich beides. Gerade, also man merkt das ja jetzt, dass du irgendwie tausend verschiedene Themen gleichzeitig jonglieren musst, ne? Ja. Wie kriegst du das in deinem Kopf eigentlich so klar? Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwie Tricks dafür? Naja, also wenn ich zum Beispiel, also ich habe eine tägliche To-Do-List, die immer mindestens irgendwie so zehn bis zwanzig Punkte umfasst, wo draufsteht, in welcher Reihenfolge ich was mache. Ich habe meinen Kalender, wo ich meine Termine eintrage und da schreibe ich halt dann rein. Was weiß ich, was weiß ich, Montagmorgen, neun Uhr Interview mit dem Chef der Staatskanzlei. Da steht die Adresse drin zur Sicherheit. Also Staatskanzlei weiß ich nun mal aus dem Rückenmark, wo die ist, aber wenn ich irgendwo anders hin muss, was weiß ich, ich fahre jetzt irgendwie nächste Woche Mittwoch nach Langenhorn, habe ich zwei Termine. Und da schreibe ich mir natürlich rein, wie die Adresse ist. Ich schreibe mir auch rein, wie der Ansprechpartner heißt, wie ich den erreiche. Es ist aber schon mal passiert, dass du irgendwo standst und keine Handynummer hattest, ne? Ja, deswegen schreibe ich das jetzt immer rein. Machst du Fehler, machen wir nur zwölfmal. Das ist so. Und ich schreibe mir auch, wenn ich vorher Fragen vereinbart habe, in den Eintrag im Terminkalender diese Fragen nochmal rein als Spickzettel. Weil ich mir ganz sicher bin, dass ich die Fragen bis dahin wieder vergessen habe. Und häufig genug gucke ich da vorm Termin einmal drauf und stelle dann komplett andere Fragen. Und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ist dann verwirrt und sagt, wollten wir nicht auch noch über das und das sprechen? Da sage ich, richtig, wollten wir auch noch. Gut, dass Sie sagen. Los geht's. Ja, dann ist es ansonsten halt einfach, also jetzt hatte ich das am vergangenen Montag zum Beispiel, hatte ich irgendwie, weiß ich nicht, Termine zu drei verschiedenen Themen. Und da muss man dann eben sich kurz mal sammeln und mal überlegen, worum geht's jetzt und mit wem spreche ich eigentlich? So wie in manchen Konzert-Venues über der Bühne steht, in welcher Stadt die Künstler sich gerade befindet. So ähnlich mache ich das mit meinem Kalender. Hallo, schön euch zu sehen hier in Hannover. Genau. Genau, aber das sind ja so die, ist ja das Organisatorische quasi. Aber es ist ja nicht nur, du musst ja nicht nur wissen, wann du dich wo und mit wem triffst und wer die sind, sondern du hast ja auch zu jedem Thema ein gewisses Hintergrundwissen im Kopf. Ja. Was du selber, glaube ich, manchmal vergisst, weil du immer denkst, also du vergisst, dass du das hast, weil du, glaube ich, vieles für selbstverständlich hältst. Das weiß man halt so oder du hast es im Laufe der Jahre dir angeeignet. Ist mir zum Beispiel bei dem Strompreisgedöns passiert, dass ich mit dem Redakteur gesprochen habe über die Sachen, die ich da erzählen wollen würde. Und er sagte, er hat jetzt aus unserem drei Minuten Telefonat schon was gelernt. Und ich sagte, ja, und jetzt muss ich nur gucken, wie ich das in sechs Minuten packe. Und er sagte, naja, du kannst auch neun machen. So viel, wie du darüber erzählen kannst, dann hast du mehr Zeit dafür. Und das ist natürlich toll. Aber das ist halt genau das. Ich habe dieses, vieles weiß ich halt einfach und gehe davon aus, dass es wahrscheinlich jeder weiß. Lexi Update, das Neueste vom Fusselhörchen. Ich möchte einmal ganz kurz anmerken, dass der Hund sich gerade vor unsere Füße unter den Schreibtisch gelegt hat und dass das sehr süß ist. Ich werde später das Lexi-Dringel hier einschneiden müssen. Danke, Lexi Update. Aber hast du wirklich das ganze Wissen immer im Kopf? Also zu einem Thema ist es so, dass was hängen bleibt, bleibt hängen. Oder hast du auch irgendwie Factsheets oder sowas, wo du dir deine Inhalte sammelst zu den Themen? Naja, es gibt ein paar Sachen, die ich seit Jahren bearbeite, wo ich auch beim NDR schon lange zugearbeitet habe. Also Energiewende zum Beispiel, Kegelrobben kannst du mich nachts um drei aus dem Bett treten. Und da weiß ich einfach eine ganze Menge drüber, über deren Wurfzeit, was da auf Helgoland passiert und warum das passiert, warum das auch wichtig ist, dass das passiert. Aber der Seehundjäger kann nicht ganz viel zu erzählen, weil ich das halt schon ganz oft erzählt habe. Auch so Sachen, ja, was so wie in Schleswig-Holstein Strom erzeugt wird zum Beispiel und wie viel das im Durchschnitt ungefähr ist. So, das sind halt Sachen, die ich weiß, aber da lese ich dann eben auch ganz oft nochmal nach. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass die neuesten Zahlen dazu sind immer ungefähr zwei Jahre alt. Der Beitrag ist jetzt am vergangenen Freitag gelaufen im Programm. Am Dienstag kommen die Zahlen für 2021. Das heißt, ich habe halt nur das, was von zwei Jahren an Wind erzeugt worden ist. Aber du hast keine archivierte Verschriftlichung deiner Recherchen der letzten Jahre. Also ich habe angefangen, jetzt meine Beitragstexte aufzuheben, seitdem ich beim Deutschlandfunk arbeite, ja. Weil ich auch jetzt viel mehr mein Material aufhebe. Keine Ahnung, das habe ich halt einfach so angefangen. Weil beim Deutschlandfunk auch größere Themen genannt werden. Weil ich, ich weiß nicht, ich habe immer schon viel Material gesammelt, aber das ist dann halt einfach irgendwann versandet. Und ich habe dann gesagt, na gut, das werde ich nicht mehr brauchen. Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass das meiste irgendwo in diesem Internet ist? Weil ich stelle mir vor, dass Journalisten vor 20, 30 Jahren oder so viel mehr selber archivieren mussten. Weil wenn die die Fakten nicht mehr hatten, war das weg. Dann hatten bestimmt alle Journalisten total viel Recherchearchiv. Also ich habe in meinem Büro ist ein Schrank mit einer Hängeregistratur, wo zu verschiedenen Themen die ganzen Zeitungsberichte, dpa-Artikel und die Beitragstexte der Kollegen gesammelt waren. Und das habe ich jetzt halt durchgeguckt. Das Neueste, was ich gefunden habe, ist von 2006. Und da habe ich halt so gedacht, okay, das kann dann weg. Weil es steht ja sowieso im Internet. Ein paar Sachen hebe ich auf, also zum Beispiel irgendwie hier NDR-Untersuchungsbericht oder den Koalitionsvertrag. Den habe ich gerne als Papier da, dann kann ich da mal nochmal durchblättern, wenn ich da irgendwas draus brauche. Aber steht auch alles online, also könnte ich irgendwo finden. Aber da will ich halt, das sind zum Beispiel Sachen, wo ich gerne sicher sein möchte, dass ich das in der Originalfassung vorliegen habe, damit ich es nochmal nachschlagen kann. Es macht sich als John West auch nicht so gut, dann die Wikipedia zu zitieren. Ich zitiere nicht Wikipedia, sondern die Quellen, aus der die Wikipedia zitiert. Die sind da ja verlinkt. Also ich schreibe nicht irgendwas aus der Wikipedia ab, sondern ich gucke schon immer nach Primärquellen, nach Pressemitteilungen. Vielleicht habe ich irgendwo noch, ja, weiß ich irgendwas, das ich mir nochmal bestätigen lassen kann. Oder kann nochmal irgendwo anrufen, was nachfragen. Solche Sachen. Siehst du, das war doch interessant, weil du sagst, du hast dir gar nichts. Fandest du? Ja. Fandest du? Ja, dann ist ja gut. Ich glaube, dass deine HörerInnen auch sowas interessiert. Ja. Schreibt mir nochmal. Also mir, könnt ihr mir bitte mal Rückmeldung geben, ob ich Jörn häufiger zu seinem Beruf interviewen sollte. Ja, war das der Grund, weswegen du dich hier reingeht? Wir sagen euch an den lieben Advent, seht die Jörn. Was? Wie viel Advent haben wir? Dritte Kerze brennt. Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Ich jetzt. Alle. Ich kann ja nur, also ich kann ganz schlecht nur für alle anderen sprechen, aber bei mir geht's so. Geht's? Warum nicht? Naja, weil wir nur mal in einem Pastoratshaushalt wohnen und da ist Advent und Weihnachten ist ja irgendwie mit Arbeiten verbunden. Jörn ist ein guter Pfarrmann. Ich wollte dich auch fragen, warum du nicht vom Wochenende erzählst, als ob das nicht zu deinem Leben dazugehört. Denn du warst wieder ein ausgezeichneter Pfarrmann an diesem Wochenende. Das ist nicht erwähnenswert für deinen Podcast? Naja, ich hab halt ein bisschen mitgeholfen, was man, aber das macht man doch so. Und du machst das so, ja. Also es gab ein Konzert und ich hab da irgendwie was gelesen. Ja. Heute gab's einen Gottesdienst und du hast geküsst, da hast du Tee gekocht und Glocken geläutet, Kerzen ausgemacht. Vor allem hab ich sie ausgemacht mit dem Pustefix. Pustefix ist das? So heißt das Sprachwort. Pustefix nicht diese Seifenblasen? Nein, das ist diese Stange, da ist oben so ein Ring dran. Und da ist, die Stange ist eigentlich keine Stange, sondern ein Rohr und unten ist so ein Pustefix. Und dann kann man den Ring über die Kerze drüber machen. Kann ich das Geräusch nochmal? Und dann macht man die Kerze damit aus. Pustefix. Und damit kann man die eigentlich auch anzeigenzünden, weil da auch noch ein Docht drin ist. Aber den benutzt hier keiner. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich glaube, das ist so friemelig. Ist das friemelig? Ja, wenn du das hochhältst, dann musst du ja mit dem Docht da ganz oben die Kerze treffen vom Adventskranz. Deswegen ist da der Ring. Du hast so einen Ring, den machst du über die Kerze rüber und dann kommt der Docht ja zum Docht. Der Docht kommt zum Docht. Ja, der Pustefix-Docht kommt zum Kerzen-Docht. Das ist wie eine Schablone, wie heißer Draht, nur mit Wachs. Ja, dann kannst du das nächste Mal damit machen. Ich bin heute auf die Leiter gestiegen, um die Adventskranz-Kerzen anzuzünden. Ja. Heute war Selina Seemann bei uns im Gottesdienst zu Gast. Slam-Poetin. Ja. Und hat ihre ganzen tollen Texte mitgebracht. Das war sehr schön. Genau. Aber nein, warum sage ich eigentlich Adventsstimmung? Was gehört zur Adventszeit? Liedkuchen. Ja, was noch? Mittagsschlaf. Äh, das gehört bei dir zu jeder Zeit. Ja, das stimmt. Vor allem zur Mittagszeit. Du musst es sagen. Okay, Gesche möchte euch was sagen. Du bist ja dumm. Nein, ich bin super schlafen. Klar, natürlich ein Adventskalender. Und wir hatten vor einiger Zeit der dazu aufgerufen, uns Sachen zu schicken für den Adventskalender für das Gast-Tini. Und das haben auch viele von euch gemacht. Und ja, weil wir ein bisschen verpeilt sind. Wir hatten ein bisschen Störungen im Betriebsablauf. Oh, es war echt viel. Ich will nicht jammern, weil pastorales Jammern ist ja schon ein Genre für sich. Aber es war wirklich viel. Man sagt ja immer, Jammern ist der Gruß des Landwirts. Aber das funktioniert auch für Pastoren. Was ist der Gruß des Landwirts? Das ist so ein Schnack. Wo ist das? Ich habe das noch nie gehört. Hast du dir das ausgerechnet? Nein, das ist so ein Schnack. Wenn man, sodass Landwirte sich immer beschweren. Oh, Jan. Ganz dünnes Eis. Glaubst du nicht, dass hier Landwirte vielleicht mithören? Grüße. Ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Bei Pastoren, ja. Da kommen wir dich komplett verallgemeinern. Pastoren sind alle immer am Jammern. Landwirte. Genau, deswegen ist der Adventskalender für das Gast-Tini ein bisschen später an den Start gegangen. Wobei wir ja auch schon die Schokoladen-Adventskalender haben. Aber der mit den tollen Geschenken ist ein bisschen später. Dann haben wir damit angefangen. Aber das Kind hat sich sehr, sehr, sehr gefreut und hatte sehr leuchtende Augen. Fast so leuchtende Augen, als es zum ersten Mal schneite und sie durch den Schnee lief. Genau, deswegen wollten wir uns bei allen bedanken, die uns was geschickt haben. Ihr seid toll. Weil auch ganz viele Leute auch noch zusätzlich und völlig überraschend was für uns mit reingetan haben. Oder für Fräulein Hund. Für Fräulein Hund? Ja. Signora Gane. Was? Signora Gane. Das ist super. Ich lerne jetzt ein bisschen Italienisch. Und Jörn macht es verrückt, dass ich zwischendurch Dinge sage, die er nicht versteht. Und dann guckt er immer so komisch. Genau, also tatsächlich. Ich war ganz gerührt, weil erstmal, dass überhaupt so viele uns was geschickt haben. Dass so viele für Eugenia was geschickt haben. Und dass in manchen Paketen noch für uns, für den Hund Weihnachtsgeschenke schon dabei waren. Ja. Und da einfach Leckereien und selbstgebackene Kekse. Und schön. Vielen, vielen Dank euch. Ja. Wir sind auch so chaotisch, dass wir es jetzt nicht mehr im Blick haben, jedem und jeder Einzelnen zu schreiben. Ja. Weil wir auch einfach so chaotisch sind. Ja. Aber wir haben uns wirklich über jedes einzelne Päckchen sehr gefreut. Ja. Eins kann ich tatsächlich noch zuordnen. Das ist so ein bisschen gemein. Das ist gemein. Das ist eine Flasche selbstgebrautes Bier. Und da steht drauf, die Flasche hätte ich gerne gespült zurück. Was grundsätzlich keine große Herausforderung ist. Aber gefüllt mit was Selbstgemachtem. Ach echt? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Steht auf diesem Band, was um den Flaschenhals rum ist. Und ich kann ja nichts. Also was ich mache, ich könnte eine Bolognese einkochen, aber das ist dann auch nichts in der Bierflasche. In der Bierflasche? Nee. Ah doch, von wem ist das denn? Wissen wir das? Ja, du weißt das, von wem das ist. Aber das sagen wir hier nicht. Aber das sage ich jetzt nicht, weil es nicht cool ist, ungefragt Leute zu benennen. Okay. Mir wird schon was einfallen. Was steht selbst gebrannt? Selbst gemacht. Ja. Aber die Flasche mit was Selbstgemachtem gefüllt. Das kriegen wir hin. Kriegt man Wackelpudding aus einer Bierflasche raus? Oh, ja, aber es ist nicht schön. Ist das nicht, ne? Nee. Schokopudding würde ich machen. Schokopudding. Oh Mann. Ja. Fehrig? Also jetzt die Podcast-Folge beenden mit dem Bild von Schokopudding in der Bierflasche ist auch nicht so schön. Machen wir ja gar nicht. Haben wir noch andere Themen? Nee. Aber wir beenden den Podcast immer mit dem einen Satz. Guck mal, wie süß der Hund ist. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Linkner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Sie guckt auch immer so. Bis das passiert. Sie ist so flauschig. Oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas beim Podcast. Alles Gute. Tschüss.